Hallo Freunde der Reflekt-Unterhaltung. Endlich ist es soweit Epix Legends. Heute gibt es ein schönes Gameplay mit der Loba, denn Lobas Fähigkeit und Ultimate wurde ja gebackt. Die Reichweite wurde von 3.100 Einheiten auf 4.500 Einheiten erhöht und sie fängt jetzt mit dem 50%igen Ultimate Charge an. Wer mich kennt, ich spiele nicht oft Loba, aber in dem Fall hat sie immer wirklich Spaß gemacht. Seht aber selbst, lasst ein Abo da, lasst mal ein Kommi da, wenn es euch gefällt oder wenn es euch nicht gefällt. Dann würde ich sagen, ab geht's mit dem Video, habt Spaß. Einer weniger. Jetzt sind wir auf uns gestellt. Unten also. Unten? Hm. Wie bist denn du überhaupt gerade? Noch. Ein Gegner weniger. Der, der unten bei mir drin ist, hat eine Devotion, dann müsst ihr aufpassen. Hab das Abzeichen unseres Kumpels. Wenn es der Dings war, dann ist er tot. Genau, der. Wir haben den ganzen Squad ausgeschaltet. Dieser Kill war zum Beinen schön. Gegner. Genau, der. Oh, ich, ich. Na komm, lad nach. Er hat mir mal viel. Gegner erledigt. Lade nach. Kommt der jetzt her. Meine Fresse. Das ist hier, komm mal rein. Sehr fein. Lade nach. Das müssen ja hoffentlich jetzt alle gewesen sein, oder? Das ist ja der Kill-Spitzen-Retter. Das ist von Schießers. Ich bin da. Wo ist noch einer hier? Warte mal, ich hör schon mal einer hier. Ob der extra so ein Ding gesetzt hier hinten. Oh, dann. Ach ja. Ja, schon. Sprungantrieb in Position. Er könnte zu weit geschmissen, danke. Weißt du, das müssten sie irgendwie anders machen, mit diesen. Das ist ja cool mit dem Teleport, muss ich sagen. Das ist echt eine coole Fähigkeit. Ja, aber das ist super komisch. Irgendwas stirbt mich daran noch. Na ja, erstens, ich sehe auch gar nicht, wie weit ich das Ding ungefähr schmeiße, ne? Ja. Das ist alles zu langsam. Na, dann auf jeden Fall funktioniert es nicht mehr. Das kriegst du aber auch nie richtig gesagt. Genau. Du kommst einfach wieder zurück. Na gut, damit hatten sie eh übelst Probleme, ne? Moment, ich stelle ja mal meinen... Schwarzmarkt auf. Oh, warum sind sie schon? Wie blöde das jetzt gerade aussah, wie du gegen den Boben gereimt bist. Gegner, rechts. Ich glaube, der wird ja weggesprungen, oder? Ja, ich würde das sagen. Ich will hier gut zurückkommen. Okay, du musst volle Raten rein. Ja, ich würde das sagen. Ach, ist das tot? Ja, wieso, wie du? Oh, da kommt einer hoch. Das wird er tot. Aber ihr könnt noch mitmachen, wenn ihr wollt. Oh Gott. War noch mit oben. Wir haben den kompletten Squad erledigt. Huch, haben wir ein bisschen eingekackert. Tja, Herr Kühlschützenreiter. Das Problem ist, wenn du die jetzt hoch teleportierst, also es geht nur nicht so viel. Hart rein, Junge. Ja, dann gucken wir aber blöd aus der Wäsche. Ja. Könnt ihr mal ein bisschen zugucken. Ach, war das eigentlich gerecht? Es hat ganz cool gepasst. Ich dachte so, ach, gehst du hoch und rein. Dann zieh dich mal ein bisschen zurück. Ähm, zu spät. Definitiv zu spät. Vor allem, dass wir das noch extra wagen müssen. Alles voller Gegner. Du kannst dich aufladen. Hier, drüben. Hier ist doch der blaue. Ich habe die nächsten Gegner gesehen. Deswegen war ich ein bisschen... Da hat es mich nach rechts gezogen. Das ist das auch. Gegner, Gegner, Gegner. Eie. Ja, sind bei mir. Brunner, drüben unterwegs. Volle, aneinander. Oh, der hat Mördi gefressen. Zenny. Wo ist er hin? Zenny. Rump, 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 hier. Kriegst ganz hoch. Wieder gefressen. Müssen wir uns doch doch jetzt holen. Was denn? Ob denn? Ja. Wob muss eh na, oder? Goinigut. Das ist immer so weh im Kopf. Da ist rumst. Zen. Ja, die Mitte ist besetzt. Also, diese Schießen scheinen sie an die Treppe zu treffen. Die Mitte ist besetzt. Hier finden wir bestimmt das Gute. Äh, mit der Dribble-Tick oben hinten. Oh, der stand so schön. Ja, ist richtig. Ja, aber ich wurde reingehend. Geh mal, lass uns da hinten, ist das Gebäude gehen, oder? Ja, mal. Würdest du, wenn wir schießen, ist mal drin, ist ein wenig. Das ist der blöde. Granate unterwegs. Das ist die Schütze, Mese und Ding. Wow, können wir 51 Meter Granate? 100 Meter Granate, Lila. Geh bloß vor die Tür, damit sie hier nicht reinkommen. Nochmal 28 Meter Granate, also oben, die müssen ja wirklich, ich geh doch gleich hoch, ne? Das ist auf unserer Seite, damit sie sich nicht auch vermissen. Ja, ja. Können sie sich? Ich hab hinten nochmal einen Schwarzmarkt, hab mir dann zwei Granaten gesnackt. Scheiße, wenn der Ring kommt. Ah, der hat mega gut gefressen da oben. Muss der eigentlich drinnen sein, bin ich mal ein. Das Problem, wenn die mega fressen, die halten die Hände hier wieder hoch. Das ist eigentlich nicht... Ich würde ein bisschen jetzt durch mich teleportieren. Sind die nach oben? Die haben in die andere Richtung aber geschossen. Ja, wollen wir mal drauf? Ich bin auch der Meinung, wir gehen hier unten auf das Bandle und dann gehen wir drauf, alle drei. Na los, los geht's. Warte, die Wurschen in die Hand nehmen. Jetzt ein Korsga war dabei, hört er, ne? Los, gehen los. Dann mal Christine ist da, Christine, und jetzt. Los, und los. Das müssen wir noch hochheilen, noch passen. Trüben auch mal ein anderes Gebäude. Dann würde ich jetzt mal heilen gehen, ich sag. Ich hab noch rotes Schild. Das ist gut. Oh, ich kann jetzt. Ich würde mal den Finishing, wenn's geht. Eher ist down, eher ist down. Nice. Eher ist down von einem Gegner. Eher, zwei. Eher. Da, nö, die ist wieder da. Jetzt kommen wir nie im Leben hoch, Tom. Alles gut, ich hab den. Hört mal her, der Ring bewegt sich. Wo sind die andere? Nice. Ja, ich musste, ich hab den, der Revenant hat unter Schild gefressen, und da musste ich mich einfach rüberbiegen. Die Granate hat am Ziel ist eingeschlagen, betrieben. Holy Loba. Hart gegönnt. Okay. Kasper. Vielen Dank.